Herzlich Willkommen auf mein neues YouTube Video. Heute geht es um eine neue Sängerin, Rapperin heißt Hava ist Türken und Bosnerin. Hava ist Turken in Bosnien. Hat ein neues Lied, Hava heißt Auf den Fluch. Geiles Lied. Hört euch das an. Ich sage euch meine Meinung, wie ich das Lied finde und reagiere auf, wie es mir gefallen hat und sage euch meine Meinung, wie das Lied gefällt. Kao, Kako, Su, Mo, Video, Video. Wenn euch das Video gefallen hat und... Wenn euch das Video gefallen hat und euch das Video gefallen hat, dann schicken wir ja so auf der Falle. Du wirst, wenn euch das Video gefallen hat und dann leid es in den ersten Ver sos Video. Wenn euch das Video gefallen hat. Was findet ihr an Hava besonders? Ich finde das ist die Abwechslung. Manchmal Bosnisch und manchmal auf Deutsch. Schöne Lieder. Einmal mit Nemo hat sie keinen Schlaf gemacht, ein gutes Lied. Dann hat sie mit Dardan, was sie jetzt zusammen ist mit Dardan, ein geiles Lied gemacht. Jetzt auf ihr Album auf Fluch. Ich muss nicht verzeihen, wenn keiner mich verletzt, keine Quatsch. Das ist so eine schöne Melodie, was sie sehen. Keine Traum, keiner der weint. Hier war Nico der Platz. Ich bin auf der Flucht. 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 Nein, ich darf mich nicht mehr ver��ter... Nein ich habe mich nicht mehr, ich habe mich nicht mehr verpassen Nein ich habe mich nicht mehr verletzt, nein ich habe mich nicht mehr verletzt Ich bin echt krassiem und da war ich nicht mehr... Nein... aber was, warum mir nicht mehr von mir das ich will... Sie werden alle gierig und das sei gar alles für einen Niederschein. Zweiheuze Paare, sei Lopizosnoparapestolo, so gierig für alles denken, sie sind geizig und gierig für ein Geld. Rade in Juste Alekaz, immer Stano Dane, für Tabena Bepera. Danke für alles, ich kann euch alles zurückgeben, ich erwähne euch im nächsten Video, wenn ich einen Hashtag Team ausmacht von 90 macht oder Hashtags anzeigen. Crazy, ich will noch noch crazy sein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin einfach so schön zum Hören, Samma mit Männer, Nachts OCT, Samma mit Männer OCT, Mark OCT, Katmina, das ist Skubi, es gibt kein Deal, ne, mach es doch mal, nass, ich bin hier und das ist Kurs, Samia, Stille, die zu flucht, einfach geil von ab, einfach nur ein geiles Lied, einfach immer nur geil, hat sie richtig geil mit ihren Erzählis aufgenommen, auf Straßenbahn, äh, Autobahn und so wandern gehen in den Wald, geil. Samma, Taube. Samma, Nachts OCT, das ist Skubi. Taube. Samma, Nachts OCT, 3-Takodobo. Sprich muss er eine Pausen, weil ich mir jede zu 10 und 15 Sekunden 1,5 Sekunden, 3-R diye ACH Jeged doing a deplage 거예요. Geil aufgenommen. Hava guckt aus dem Haus und guckt bis was. Geiles Video. Einfach geil das Lied. Supportet das Lied und wenn euch das mir gefallen hat, liken bei Hava oder liken bei mir als Video. Was ihr seht ihr da nennt, supportet damit. Liked, kommentarisiert. Liken, kommentieren, wenn euch das gefallen hat. Und danke für alle Seite. Lagt euch immer wieder. Euer krasses Support und supportet Hava das Lied auf der Flucht. Einfach geil mit so Schneefall. Meistens ihr Album heißt Weiss. Geiler Album. Kann ich euch sagen, wenn euch das Kassabamsvize Hava. Hava ist eine deutsche Künstlerin in Deutschland. Beide und wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Ich erwähne euch. Danke an meine Fans. Danke an Medina für eure Unterstützung für über drei Jahre, zwei Jahre, seit wir uns kennen. Danke für alles. Stella, danke für alles. Enval, danke. Claudio, danke. Danke für meine, für Leute, die meine Storys gucken, merken, dass nicht ihr seid so korrekt. Danke an Hamza, Hennu, Hazaran, Adnan, Minello, Dina, Zemela. Vielen Dank an Emira. Emira war meine Freundschaft und Emira und Andy. Und offenbar wisst ihr mal, weil. Video musst du supportet, teilt, like, teilt und bleiben das. Verlugen das jetzt. Ich küsse mein Herz.